Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher Teil 3, genau. Ja, wir spielen die Enhanced Edition. Und das ist Abigail's Haus und da wollten wir eigentlich gerade rein. Und da ist gerade irgendwer an uns vorbei gelaufen. Ähm, genau, es geht eigentlich... Gerade hat sie gesprochen über den... Über den einen, ähm, den man am letzten Video am Schluss hat, am Boden liegen gesehen. Zeigt mal eure Waren. Ich ruhe mich ein bisschen aus und bereite mich vor, okay. Ich ruhe. Ich ruhe. Sie sind für einen Preis. Ich wusste, dass du es würdest. Und du hast diesen Mandrake-Root. Du könntest es gut finden. Du könntest es gut finden. Ich ruhe... Warum? Ich ruhe mich. Waren witches wahren in den Wagen? Ja, aber diese beast ist beyond mir. Although, ich weiß jemand anderes. Wer wäre das? Der Typ Alvin. Er ist ein starkes Sorge und ein Diviner. Was er weiß, wir können nicht so sein. Aber wenn ich ihn ein bestimmtes Potion... Wann es ihn? Ich ruhe ihn nicht. Keine Chance, er wird gut sein. Bring mir die Petale von 5 weißen Myrtle und deine Fragen werden beantwortet. Myrtle wird außerhalb des Wagen. Wenn du keine Ahnung von Herben fehlt, habe ich dieses Buch. Es ist dein. Für einen Preis. Mhm. Warum da jetzt das... Ich brauche nämlich hier ein bestimmtes Buch und zu... Na gut, ich habe jetzt 100 Ohren zu erhalten. Ich brauche nämlich 200... Buche der Tiere, nicht über 100 Wölfe. Sumpfunger... Ertrunkene... Ertrunkene Tote und... Blöd... Ne... Blöd... Säuger... Okay. Über Feldpflanzen... Ja, aber es ist sehr praktisch. Ich brauche nämlich dieses... ähm... Buch. Oh. 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 Es ist so... Was soll ich das? Ich muss... Ah. Oh. Ähm... Was auch da sind? Ich habe meine Nagien gegen Fantomhause. Was auch auf deinem Schwart? Ich habe zu spriten, die zu teilen, was auch hierzu. Eine seeleinhelle für Modler, undikerin mit Menschen. Both are for monsters. Unfortunately, I lack the silver one. I know of an ointment. When it coats your blade, you'll cause grievous harm even to specters. The formula will cost you 30 orens. You'll need nasan salt, ganadsides acid, wine stone and lard. I can sell you these ingredients. Thanks. You can replace the nasan salt with hellebore petals if you wish. Can I ask you something? If you must. I see you took Alvin in. Did you think I'd abandon an orphan? Besides, he has potential. What do you mean? He has powers perhaps beyond his control. For now, he sleeps well with the herbs I brew him. That's good of you. Few in these times would be willing. It's another mouth to feed. With winter approaching, if I grow hungry, I'll eat him. Doubtless the villagers think so, believing me a monster. Are you one Abigail? We all hide a monster inside us. That's my beautiful quote. See you later. I'm off to play. Come again. Die Musik ist in dem Spiel einfach super. Also atmosphärisch. Der liegt da nicht mehr rum, jetzt geht es ihm wieder gut. dieses und das andere das buch genau man braucht dieses buch nämlich um pflanzen zu identifizieren und diese quasi ernten zu können denn jetzt kann ich zum beispiel wir haben hier diese pflanze die einem gerade nichts bringt hab ich hier keine pflanze die ich bauen könnte wo lauf ich eigentlich hin und was muss ich jetzt eigentlich das nächstes machen das ist gelb lagerfeuer die gruft schmied lagerfeuer ach möhreblüten waren es genau ja das ist das typische bring sucht das und bringt das dahin dann das ist eine andere pflanze das weiß ich noch vom letzten anspielen so dass der rote pfeilste ja genau wie ich es und da habe ich da irgendwas übersehen was ich noch tun muss ich brauche ich das irgendwas es gibt anscheinend auch brauchen nur glaube ich beschnitte pflanzen bei denen man ernten kann hier hat man auch eine feuerstelle an der man sich quasi nieder lassen kann um zeug zu bauen die auch so in der karte dann eingeschrieben wird ich habe nein ich habe die ich hab mir auch noch nicht vorstellen da ist sie geruft ist ja aber schwachsinnig da jetzt rein zu gehen denn es ist schon etwas schwerer mit etwas meine ich sehr ich habe echt gedacht dass ich mehr ernten kann man sieht auch direkt was das für sachen beinhaltet der man braucht nicht die es kommt nicht darauf an welche pflanze ist sondern eher was es für einen stoff beinhaltet und du brauchst man braucht die stoffe quasi und nicht also als zutat nicht direkt die pflanze weil es gibt verschiedene sachen die dann quasi das gleiche beinhalten muss ich irgendwas machen ach stimmt ich brauche das da das habe ich wohl irgendwie sprich ich brauche muss aufleveln damit ich das machen kann umgelaufen gut dann werde ich wohl das was ich am besten kann es ist noch zu hell es ist noch zu hell genau wie ich zu kauft und dann ist es nicht zu schwer es ist schwer aber es ist nicht unmöglich was war jetzt das also bei mir ist gerade auf dem bildschirm fliege gelandet warum weiß ich auch nicht abgeschlafen abgeschlafen ach Mist stimmt ich muss erst die quest annehmen damit ich da das machen kann und also hier 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 Ja, das war's. Genau, jetzt laufe ich dahinter und ich muss... Ja, ja, das macht schon Sinn. Ja, gut, das kann ich nur nachts machen. Hm. Ja, dann kann ich mich da schon mal hinbewegen. Da ist dicht. Wahrscheinlich, wenn ich mit denen rede, heißt es ja, ich muss dem, dem und dem etwas gefallen tun. Ja. Halt! Wut. Was? Ich will in die Stadt. Es ist, was sie nennen? Eine Quarantinale. Es dauert lange, diese Quarantinale? Die Kommandos sind nicht mein, ich bin. Und ich denke, die Kommandos sind in der Mitte. Das Quarantinale ist für alle? Ich weiß nicht. Hast du jemanden in? Die Leute mit Passagen? Sie sind in. Ich weiß. Wir sprechen. Der Reverend kennt ihr ihr? Ja, natürlich. Ich glaube nicht. Er hat dir nichts gegeben? Ja. 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 Ah, ne. Schlimm, ich muss erst das machen. Dann kriege ich von ihm, glaube ich, den Ring, den ich dann brauche. Oder habe ich den schon? Rote Hosen. Rote Hosen. Abschiff. 0,990 , mehr krank. So was mir bestimmte Ah ja. Ich muss mir immer irgendwie bei dem Spiel erst angewöhnen, nicht einfach hüpfen zu wollen mit der Leertaste, wie ich es von so manchen anderen Spielen gewohnt bin. Nein. Bevor die Frage kommt, was ich da jetzt eigentlich machen möchte. Oh, das Schiff ist bei mir, äh, fangt's grad großartigst Regnen an. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Pferd, aber ich kruise einen Elf. Das Schiff nennt mich ein Thief. Genau, jetzt kann ich hier nämlich die Kräuterkunde benutzen. Was ist das da hinten? Hölle herzustellen. Hm. Hm. Sache. Ah, ist schon ertrunken. Dein Gehirn. Hm. 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 Ich hab mich nur kurz zu wissen, was war er denn mit denen. Ah, sieh da, nein, sieh da. Drei Das ist eigentlich kein Problem, weil die spawnen eigentlich recht oft Hoffe ich zumindestens Dies wird's, ich weiß nicht ob ich es brauche, aber ich nehme es damit Ah, da ist noch so ein Erdruck Irgendwo da müsste er sein, genau Da habe ich nämlich Drei Drei Schweigraut, das wird's. Das wird's. Ich nehme einfach einmal, da man die Sachen hier übereinander stapeln kann. Das ist natürlich sehr sehr praktisch. Ich nehme alles mit, man weiß nie, wann man's braucht. Natürlich, jetzt steige ich eine Stufe auf, warum wundert mich das nicht? Oh, das ist gut. Das war's für heute. Irgendwie wie bei Fallout, eine Tastung, wo man quasi direkt alles looten kann. Das ist das einzigste, was mir bislang wirklich negativ auffällt, aber das ist Geschmackssache. Das sind schon mal zwei von beiden. Ja, was denn für eine Weitsicht hat und sieht, was es ist. Eigentlich kann ich dann schon mal in die Richtung gehen und schauen, ob ich unterwegs noch so ein... Da ist doch noch so eine Pflanze, genau. Da ist doch noch so eine Pflanze. Da ist doch noch so eine Pflanze. Da ist doch noch so eine Pflanze. Ja, das ist so ein komisches Viech. Oh, okay. Das ist mir neu. Da ist doch noch so eine Pflanze. Ich habe gedacht, Mist, das Spiel ist abgestürzt. Irgendwie sowas. Aber ich brauche immer noch. Ach, mir fehlt noch einmal Möhre. Glaube ich. Ich glaube, das war für etwas anderes. Ich glaube, das war für etwas anderes. Jetzt habe ich genug Weiße Möhre. Genau. Und wie bei jedem Online-Rollenspiel kriegt man auch hier einen Einstiegsatz. Das ist etwas, was die meisten Leute von Online-Rollenspiel kennen. Wenn man den Gegenstand... Wenn man genug aufgesammelt hat, kriegt man den Hinweis, dass man genug aufgesammelt hat. Na? Ach, der kann nicht zwischen diesen zwei Balken durchgehen. Ich denke mir schon, ein Wunder. Jetzt kann ich alles mitnehmen. Oh, ich suche jetzt die nächstgelegene Feuerstelle auf. Waren hier die nächsten Dinge da, weiß ich, wer ein Lagerfeuer und... Das ist hier wie gesprungen. Wie das Sichtfeld rum wackelt. Das ist hier. 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 nochmal. Geht immer auf Stärke, versteckt es immer gut. So habe ich ja schon. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Jetzt sagen wir mal nicht so. So. Ja, so sieht doch aus. Gut, Schattendetails auf der Einstellung, wo ich es habe, bewirken halt solche Schatten. Aber was soll es? Am wenigsten läuft das Spiel flüssig. Also ich hatte jetzt keine großen Framerate Einbrücher. Dann kann ich nämlich Schöne 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 Ich weiß, ich bin gemein. Schöne Dann sollte ich doch mal dahinter gehen. ich finde es oben sieht man jetzt wahrscheinlich bei der minimap auch ganz gut wie das sichtfeld von ihm rumhüpft irgendwie unnormal ob das jetzt ein bug ist weil wir hier so warum er das jetzt gerade so gemacht hat ist mir echt ein rätsel mhm ob wir noch mal angehalten werden die bürgerwehr sieht aus wie die dicke version von bud spencer ich muss sagen das artwork ist aber schon ziemlich gut keiner da sind es für ein hübsches bild von ihm nicht wenigstens gehen da die ladezeiten etwas schneller voran wie das erste laden als das spiel gestartet hat da zerkladen klar ich habe drei minuten da range und habe gewartet dass es los geht das ist es ist es ist es ist es ist Das ist nicht so. Warum? Verwechslung, dass es deine Leben langsamer. Ich bin Angst. Ein Wäscher kam hier vor dir. Er ist auch mit starker Wäscherz. Und noch ... Du siehst ihn? Nicht so. Er hat sich weg. Er ist nicht ich. Keine Hände auf Salamandra. Die ganze Kirche hat sie für eine Grunde. Du musst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich? Ja. Wie für die anderen. Visit Odo, Mikkel, und Haaren. Kannst du auch ihre Probleme lösen? Sind sie ein Kindeser? Jeder kennt und sie sie. Odo ist rich. Und Mikkel ist die Stadt. Gain ihre Vertrauen. Und du wirst die Vertrauen in die Stadt. Wir sehen. Warte. Sie müssen glauben, dass ich dich sende. Show sie diesen Ring des Eternals. Das war wohl jetzt eigentlich das, weswegen ich da hingegangen bin. Ich höre, dass die Kirche des Eternals hat eine Reaktion für die Dräuner. So lange kannst du provee, dass du jemanden hast. Ich habe Dräuner-Heads. Meine Reaktion? Hier. Die Eternals-Eternals illuminate dein Weg. Das habe ich ihm doch, glaube ich, schon mal gefragt. Ja, genau. Das habe ich schon. Oh, okay. Heißt, adieu. Also, ich sehe dich später. Ja, ist immer von Vorteil. Moment. Wie muss ich denn? Wie muss ich denn? Tür. Haus. Oh, nicht schlecht. Leute, die Wurzeln waren für die Wurzeln. Jetzt, ich selbst kultiviere ich tulips. Ah ja, genau. Das war auch gerade meine Reaktion darauf. Tür. ABarberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Der Fleischhändler genau, der ist da. Es fluchen ganz schön viele dafür, dass es so... Das Fleisch riecht seltsam, von welchem Tier stammt das. Jetzt sehen wir mehr von anderen Texten. Ich klicke das jetzt an. Ich will wissen, was da für ein Satz kommt. Nein, ich sag jetzt nichts. Das könnte sonst immer was sein. Er rennt um sein Leben. Was ich eigentlich wollte war hier. Ich klicke das. Dann oder. Genau. Genau, sprich hier rum, warte mal, die Höhle, ach das ist da genau, hier ist ein Titel. Ach stimmt, die Höhle, ich habe die Höhle mit der Kuft verwechselt, glaube ich, obwohl das ist in dem Fall wahrscheinlich ziemlich egal. Ich gehe jetzt erstmal, jetzt da oben rum. Ich glaube, mit dem muss ich hier reden. Genau. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Schurken und Haufbold. Habe ich die nicht übernommen? Schurken und Haufbold wird bald die Welt entgegennt. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich das hier. Hm, maybe not. Ge-ge-ge-greetings to the honorable gentlemen. You are? Harren Brog, merchant and middleman at your service. What brings you here, w-witcher? What do you have to offer? The Re-reverent sent you, I presume? Of course. W-w-why don't I b-believe you? No. No, we will talk later. We will talk later. Hey, jetzt muss ich den erst ausrüsten. Das habe ich ganz vergessen. We will talk later. Ich muss sagen, dass es ziemlich gut macht, also mit der Sprachausgabe, zumindest im Englischen. Ich muss sagen, dass ich meine Fläche schreie. Hilf mir. Ich werde keine Anhalte für mich. Ich werde in der Anhalte für die Anhalte für die Anhalte. Ich werde in den Anhalte für meine Anhalte für die Anhalte für die Anhalte. Ich habe gehört, dass du anhalte Anhalte für die Anhalte für die Anhalte für die Anhalte für die Anhalte. Es geht mir nicht um, dass du ein Problem haben. Diese D-damned unden am ich mit dem Denimite. Sie schreien die Kunden und schreien meine Kratzen. Und das ist eine wertvolle Behandlung für einen speziellen Klienten. Wo würde ich diese Dronner finden? Wo? Auf der riefer. Sie schreien aus dem Wasser nach dem Wasser. Ich verstehe. Wirder! Ich habe diese Dice gewalt. Sie sehen wie Dwarven Handiwerk. N-n-n-n-not hier. Willst du uns beide in Probleme? Du bist kein Heiliger. Gefängst du von einer Karte? Du hast so viel Kontraband in der Karte. Das Geheimnis. Ich würde lieber schreien. Der Reverend detestiert dieses Spiel. Also du weißt, was es ist? Ich-Ich-Ich habe das nicht gesagt. Sie sind natürlich kein Mensch. Sie sind von der Dwarven. Sie müssen etwas wissen. Danke für das. Ich bin gerade etwas irritiert bei den ganzen... Ich bin ja mal gespannt. Ich glaube, dann hacke ich mich da irgendwo ins Lagerfeuer rein. Ich kümmere mich erst mal um das, dann ums nächste und so weiter. Ich glaube, dass ich noch nicht mehr dazu bekommen werde. Ich glaube, es bedeutet, dass ich hier keine neuen dazu komme. Im Gegensatz des anderen Spiels kann man hier nicht übers Feuerlauf und Schaden nehmen. Muss ich vielleicht desaktivieren? Ich habe schon gelesen, ich muss die ertrunken und tötet die nachts am Flussufer spielen. Hups, jetzt war das Falsche. So. Schauen wir mal. 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 Ich wusste doch, irgendwas muss ich machen, damit die kommen. Ich wusste doch, was ich mache. Ach ja, immer geh damit. Da ist doch einer. Ach komm, wir müssen mich ärgern. Lass ich mal ein bisschen herkommen. Ach komm. Oh, jetzt hat es gerade gelegt. Oh, okay. Oh, okay. Das ist jetzt natürlich das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob er die... Das ist natürlich eine Entscheidung. Hm, was macht man da jetzt? Gut, nehmt die Wan oder... Ne, nehmt sie nicht, weil... Hm, ich nehm das zweite, weil... Tut mir leid, ich arbeite für ihn. Ihr müsst eure Blablabla an, das wird... Sorry, I'm working for Harren. You'll have to find your Hawkers Specialties elsewhere. Willing to die for that greedy Dwan. Ah genau, spiel keine neue, hört diese Kiste nicht an oder gut nimmt diese Wan. Nein. Also sonderlich Vieh steckt jetzt auch nicht rein. Was hat er denn bei sich? Na ja, dann eben nicht. So, und nun? Wo kommt der her? Ah, ich hab's doch gewusst. Was, da ist da noch einer. Das jetzt. Was ist das, die Wege der? Gäuert. Wann, was? Wann, was das so? Was ist das? Was waren wir nicht mehr? Ja, gut. Bin ich ja mal gespannt, was er zu sagen hat. Oh, was er denn? Ja, gut. Ja, gut. Wenn es gefährlich ist, warum Sie mit ihnen verhäten? Ich muss ein Leben machen, irgendwie. Insofern habe ich mein Job gemacht. Meine Krates sind sicherlich? Ich habe dich verraten, Witcher. Was hat mit den Elfen passiert? Wir hatten eine Verkaufung. Sie sind tot. Sie sind tot. Sie haben sie verraten? Ja, gut. Ja, gut. Sie sind sicherlich zurückgekommen. Für die G-Goods. Wenn sie kommen, können wir uns auf die D-Drawnersen fragen. Nein, ich habe keine Arbeit. Ich will meine Payung. Dann kannst du mir erzählen über Salamandra. Hier ist dein Gold. Salamandra collecten von den Villagers. Sie verraten. Und sie verraten deine Hände. Sie verraten deine Hausse. Sie verraten deine Hausse. Wo kann ich sie finden? Sie fragen, Herr Reverend. Er wird entscheiden, was du wissen sollst. Aber ich würde sie nicht verraten. Mein Freund sucht einen Dwarf. Hoog. Eine Scoia-Telle. Ich werde fragen. Vielleicht werde ich etwas lernen. Na gut, dann passt es ja. Hm. 200 Ohren. Das ist halt auch nicht schlecht. Oh. Nicht schlecht. So. Und schauen wir doch mal. Dann gehe ich da erstmal nochmal noch sterbe. Habe ich das nicht schon? Genau. Soll ich das auch schon? Oh, ich nicht. Habe ich auch schon oder so? So. Und so. Ach genau, das war das hier, aber dass ich hier die Stärke nicht weiter ausbauen kann. Das ist nicht schlecht, das ist schon mal nicht schlecht, naja, auf die Austausch. Ah, das ist doch schon mal nicht schlecht. Kann ich nicht sagen, das ist nicht schlecht. Epische Aufstehsequenz. Gut, dann kann ich ja schon mal weiter in die Richtung gehen. Das war gerade der sogenannte Zensurbalken. Da ist wieder einer. Na komm, wo ist er denn? Putt, putt, putt. Ja, ich wollte gerade die Leertaste drücken um zu springen. Ja. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war gerade ein bisschen komisch, weil ich wollte den eigentlich angreifen, nur irgendwie hat er da nicht reagiert. Aus Gründen, die ich nicht kennen. Aus Gründen, die ich nicht kennen. Das ist meine Hand. So, genau. Ach, mach ich doch. Ich bin ein Wälder, also ich werde dich von den Fienden, aber in exchange betrachten Sie mir 200 Orens und erzählen dem Reverend, dass ich dir helfe. Klar, Herr, ich erzähle ihm, was ich weiß, das wird ein wenig. Und ich habe auch nicht viel Gold, aber es ist egal, nur so lange, dass die Mälder geschlagen werden. Gut. So, damit beende ich mal wieder diesen Part und sage gleich, was ich immer sage. Wenn Ihnen gefällt, bitte abonnieren, kommentieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.